Da kann man aber eigentlich nie wieder landen. Wann hat der denn da für einen Skilled? So eine Tussi da aus den 18ern, voll geil. Ich hatte eben mal ein Team, da waren nur diese... ...diese vier Tussis hier drin. Die Blonden jetzt hier. Ja. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeld-Ziel auszuschalten. Das Missionsziel lautet, das Kopfgeld-Ziel auszuschalten. Kopfgeld-Ziel wieder ganz in der Nähe. Mhm. Ein Weißen-Tech-9. Ganz stark. Ja, ich nehme nochmal die Waffe jetzt auf. Nein, nicht. Ach, Kopfgeld haben sie schon ausgeschaltet, okay. Aber gleich mit grün hinterher da. Ach, grün kann er auch Loadout holen. Ich brauche erstmal nur vernünfte Waffe irgendwie. Ja, aber da ist ja das nächste Lot. Ich glaube, bei uns nicht hier wird, oder? Das war ich gerade auf der Scheibe. Bescheide. Ich komme rüber aufs Dach bei Nova. Hier hinten läuft einer, voll der Arschloch. Hä, wo waren die jetzt? Ach, da bist du. Ich bin bei der Nova, ich höre aber nichts. Wo ist sich jemand diese Panzerung? Ich lande auf dem Dach, Robert. Wo ist sich jemand diese Panzerung? Hier bei mir oben ist sie, ne? Warum ist denn das? Es gibt ne Amp mit, äh, ne Tag9 mit Einzelschuss. Das ist ja lustig. Wusste ich nicht. Grün kann jetzt mal Loadout langsam holen. Solltet ihr euch da noch leicht weiter eingehen. Ewig warten. Drüben, äh, Prison, Vorsicht. Ah, ah, hier oben haben wir beide. Prison ist natürlich wieder eklig da. Ach, jetzt hat mich jemand von vorne. Hier, hier, sag mal Leute, auf dem Dach steht einer. Noch. Ja. Super. Alle wieder runter? Yo. Geil. Lustig. Ja, ek musste runter. Er rennt einfach runter. Weil der Cluster kam. Ich war schon One-Hit. War ja K.O. nur noch 25 über den Papst. Zielpunkt markiert. Platziere Passe-Abwehrmine. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Feindliche Drohne über uns. Gott. Jetzt sind wir hier, hol uns den Sieg. gut ich werde mal richtung hafen mich bewegen er kommt ja schon rein deswegen ja dann gehen wir da rein ja sie konnte da bequem landen jetzt erst mal ich habe halt sehr wenig munition ich bin ein bisschen links davon ich glaube hier oben okay der geht gar nicht drauf okay interessant Interessant. Hä? Äh, ganz so nahe jetzt noch. Ich tu'n Control da. Äh, ich tu'n My Weapon. Ah, hier ist halt ohne Schmäh. Aber unten ist zumindest ohne hier. Feinde landen im Einsatzgebiet. Wir sind alle in der Sicherheitszone. Hier sind sie mit der Deacon. Oben auf dem Dach bei Chemical oder in diesem Eckgebäude. Komm her. Über uns. Ah, der Heli, ey. Komm her. So, gucken, die landen hier wieder irgendwo. Ah, hier draußen. Ah, sehr schön. Er hat ne eigene Mac-10, Robert. Ja, ich hab ja meinen Notort. Ach ja, stimmt. Ah, vielleicht wollen die anderen. Was hat der noch dabei? Schlafschutz-Simonie. Kilo. Ja, hier. Ach, die sind bei My Weapon drin. So. Weißt? Ah. Weißt du die Mac-10? Er fliegt zum Beispiel. Oh, hier war einer. Ja, sehr gut. Hast du die Betäubung bekommen? Ja, ja. Ja, ja. Einfach nur Sicherheiten nochmal so. Einer auf dem Dach hier bei uns. Siehst du mal. Ja, ist gut. Ich mach gleich Essen. Hm. Sind die jetzt durch den... Durch den Heli? Ich weiß auch nicht. Einer ist auf unserer Ebene hier auch. Eine läuft hier rechts vorbei. Okay. Na ja, los ist der. Da hinter der Tür! Du Camper-Hure. Alter, ey. Hier sind welche. Ah. Die sind beide rausgegangen. Das gibt's doch nicht. Die wären da wieder reingekommen. Also... Hier, Robert, hier draußen. Ja, auf. Ja. 31 Meter. Hier rennt einer hinter uns irgendwo. Hm. Feigliche Drohne über uns! 10,4 Meter hinter uns, ja. Zwei Pings sogar. Der kann aber über oder unter uns sein. Da hinten ist er! Der hat noch eine Maske, wenn du brauchst. Einer ist noch unter uns. Hier ist einer noch hier. Ah. Wurde rechts angezeigt hier zuletzt. Da an der Tür, links. Links an der Tür. Das Glas nähert sich hier. Da wurde gerade brennt. Hier ist auch einer in der Nähe gleich. Die Sicherheitszone ist da drüben. Du verstehst das Problem. Da hinten? Wir müssen weiter. Habe ich nicht gesehen. Da ist einer da hinten. Werfe, Timmy! Einer K.O. Auf dem Dach. 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 Ich bin K.O. Scheiß! Ja, das war nicht meine Runde. Schade, diese Runde. Oh, da war die Mac-10 jetzt aber. Ach, Mist, ey. Hätte ich wechseln müssen. Schade. Ich werde jetzt auch erst mal essen. Ja. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal aufhören. Ich auch, ja. erstmal was zu essen machen. Genau, mach das.